Hi, ich bin der Michael Schaulis von der Bäckerei Busch, einem Familienunternehmen in der vierten Generation mit 34 Filialen zwischen Düsseldorf und Bergisch Gladbach. Hallo, ich bin Zementia Weinand. Ich mache meine Ausbildung als Bäckerei-Fachverkäuferin im zweiten Ausbildungsjahr bei der Bäckerei Busch. Die Ausbildung geht über drei Jahre und besteht aus einem schulischen sowie einem praktischen Teil. Du wirst unter anderem die korrekte Präsentation unserer Backwaren in unseren Verkaufstheken erlernen, das Abbacken von Brötchenteiglingen, das Zubereiten von Snacks sowie den Kassiervorgang. Außerdem ist eine kompetente und freundliche Kundenberatung sehr wichtig. Die Ausbildung im Verkauf bieten wir in den verschiedensten unserer Filialen an, so dass wir für dich immer den kürzesten Arbeitsweg finden. Alle Produkte in diesem Brotkorb haben wir diese Nacht gebacken. Dabei legen wir besonderen Wert auf Frische und Qualität unserer Backwaren. Die Ausbildung als Bäcker dauert drei Jahre. Sie besteht aus dem schulischen sowie aus dem praktischen Teil in unserer Backstube. Dabei erlernst du die Teigherstellung, das digitale Berechnung von Rezepten sowie das Arbeiten am Ofen. Wir formen Brote und viele andere Backwaren von Hand. Des Weiteren kannst du bei uns auch die Konditorlehre machen. Dabei liegt der Fokus mehr auf feinem Gebäck, süßen Teilchen, Kuchen und Torten. Durch unsere Arbeitszeit können wir die Tage besonders im Sommer genießen. Dabei profitieren wir von Nacht- und Sonderzuschlägen. Und du als Azubi profitierst vom Azubi-Bonus. Wir backen mit Hand und Herz. Wenn du auch diese Leidenschaft teilst, bist du bei uns genau richtig. Haben wir dein Interesse geweckt, dann freuen wir uns über deine Bewerbung.